So, wir sind immer noch auf der Messe in Düsseldorf und jetzt zeigen wir euch kein Messevideo mit Vorstellungen oder so, sondern einfach nur ein paar Impressionen von den Besonderheiten der Messe Düsseldorf. Ja, von Fahrzeugen, die man jetzt eigentlich nicht so auf der Straße sieht. Genießt einfach die Impressionen der Messe. Ja, die haben uns jetzt einfach auch gefallen und da haben wir gedacht, das können wir euch doch eigentlich auch mal zeigen. Und jetzt geht's los. Ja, die haben uns jetzt einfach gefallen. Ja, die haben uns jetzt einfach gefallen. Ja, die Ja, die haben uns jetzt einfach gefallen. Ja, die haben uns jetzt einfach gefallen. Ja, die . Und jetzt geht's los. Ja, die haben uns jetzt einfach gefallen. Ja, die haben uns ultimately Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020